Das Sicherheitssystem CITS in den Betriebsfahrzeugen der ASFINAG übermittelt im Einsatzfall automatisch über Funk Warnnachrichten an umliegende Verkehrsteilnehmer. Nähert sich ein Einsatzfahrzeug von hinten oder steht es in einer Absicherung, wird in einem Car2X-fähigen Fahrzeug sofort eine visuelle und akustische Warnmeldung ausgelöst. So können LenkerInnen viel früher auf Gefahrensituationen reagieren. Zusätzlich können auch weitere Warnungen manuell ausgelöst werden. CITS funktioniert in einer anonymisierten Vertrauensumgebung und kann in heiklen Situationen lebensrettende Sekunden bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017